einen wunderschönen guten morgen dienstagmorgen das bärbel bar team wieder unterwegs heute andreas am steuer und das team sitzt wieder hinten freundlich die chefin sitzt auch da andreas heute fährst du das heißt du hast heute ein objekt für uns was kannst du uns anbieten und wo sind wir im augenblick jawohl wir sind in sindelfingen in der stadt nähe daimler und haben wirklich außergewöhnlich schöne junge wohnung angeschaut über 100 quadratmeter viereinhalb zimmer in einer ganz ruhigen anliegelage für 399.000 wenn das kein wort ist dann weiß ich nicht ob sie überhaupt suchen ok hört sich super interessant an könnte ich mir aber auch gut als kapitalanleger vorstellen oder top natürlich weil jeder der beim daimler schafft und zum beispiel richtung tor 7 muss direkt in fünf minuten zu fuß da ist also super lage innenstadt nah daimler nah absolut gut zu vermieten gut die chefin sagt gut zu vermieten interessant andreas wie erreichen wir jetzt jemanden um kontakt aufzunehmen wie wie kann man am besten vorgehen direkt den telefonhörer ins hand nehmen alles andere fallen lassen anrufen bei uns 0 70 31 49 18 500 oder per e mail whatsapp wie auch immer ich muss fahren also andreas vielen dank für die informationen und euch noch eine schöne woche wir hören uns wieder nächste woche am dienstag bis zum nächsten mal ciao